ich muss noch mal eben nach dem gewehr gucken ob ich das erstellung waffengurt trage eine seite tibet wolfsfälle brauche ich drei stück so und dann bist du zu dem a gelaufen und hast deine mission bekommen oder wie genau da bekamst du dann deine tibet wolfsfälle bei der mission konnte ich die nebenbei einsammeln okay das war sehr das sind die beiden mädels mit dem flitzebogen ja alles klar da bin ich jetzt auch aber eine munitions das große klasse dankeschön hallo amita warum ich gucke die forschung wieder so böse an vielleicht kann die einfach nicht anders ach so sie entschuldigt sich vielleicht mache ich auch die ganze zeit irgendwelchen mist aber ich weiß das nicht glaube ich nicht und aus den pflanzen kannst du so gesundheitsspritzen und sowas herstellen ich habe jetzt den flitzebogen bekommen und muss jetzt zu irgendwem hinlaufen zu dem du bist mit dem quad hingefahren oder hingelaufen ich bin mit dem quad hingefahren ich habe gar kein gleitschirme ich bin tot ohne gleitschirm wo runter ist nicht immer gut bin ich auch mit einem paraglider geflogen aber wusste nicht wie ich runterkomme aber wollte abstecken und ja so schnell war ich noch nie unten das war okay ich habe fahrhilfe einschalten können ich fahre mit dem quad dahin wo du gesagt hast hast du ja ich bin noch manuell gefahren ein wildschwein hallo nimm mit brauchst du alles gut dann diesmal fahr ich mit dem quad glaube ich habe gerade nichts vernünftiges zu schießen dann renn um einfach umdeckeln ich fahr mal erst zu dem knilch mal sehen was er will ah den gleitschirm hab ich auch gefunden oh hier jaulen hunde wälfe hier liegt noch ein flitzerbombe und da sitzt ein knilch prost und ich wurde umgefahren und bin gestorben hilft nicht Ich wollte aussteigen, um so ein paar Leuten zu helfen. Die waren gerade in meinem Gefecht. Da fällt mich da einfach einer um. Als ob die Straße nicht groß genug für uns beide wäre. Okay, also die freundliche ältere Dame säuft sich hier die Hucke voll. Während ich hier eben da reinkrieche und ihr die Vorräte klaue. Ist das lieb von mir? Ich glaube nicht. Ja, dieses kleine Geheimversteck habe ich auch gefunden. Auf jeden Fall liegen da Waffen. Teile. Ein Bett, das ist auch schön. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Halten zum Lesen. Ein Zettel. Ich weiß, es ist viel verlangt, Kampf anzuschließen, aber Verrat lag. Da war wieder Standende. Gut. Wie komme ich da runter? Leute, ich will helfen. Wie komme ich zu euch? Kann ich da runter springen? Ja. Hier lief gerade so ein Gefecht zwischen. Läuft immer noch. Hast du mal kurz Zeit für mich? Nee, gerade nicht. Ich kann nicht helfen. Und dich hier. Bist du ein Wolf? Nein, du bist ein Geier. Geier bringt bestimmt auch Punkte. Nicht, wenn man drunter schießt. Alles okay? Nein! Den habe ich, der andere. M? Ja, ich habe gerade aus Versehen mein Gewehr getauscht. Kimi, das musst du nicht machen. Nee. Gar nicht, finde ich. Was bist du hier? Ein Schwein? Wir haben einen Adler. Was auf die Beine? Oh, Adler. Ich sehe einen Wolf. Und der kommt auf mich zu. Ach ja. Und ich habe drüber geschossen. Wenn du den Bogen kannst und mit nicht das Gewehr tauschen und mit rechts dann zielst, dann siehst du am Bogen selbst so zwei kleine Holzstückchen, die, glaube ich, das Visier darstellen sollen. Ja, habe ich gefunden. Ich habe einen sauberen Kill gemacht, doppelte Belohnung bekommen. Bist du schön. Bist du schön. So, nöch. Manchmal funktioniert was. Wieso, ja. Nö, aber eigentlich, nö. So. Nöch. Der Hut, ein Heul. Ein Wolf, meinst du. Ein Heul? Ja, hier, Hut, ein Heul. Au, was ist das alles? Drücke Y, um die Kamera zu zücken. Das habe ich gemacht. Da ist der Wolf, der jetzt auch markiert ist. Sie greifen Schweine einfach an. Tun die immer schon, Kimi. Schweine im Weltall, du weißt, das ist... Schweine im Weltall. Ja, das ist immer nicht... Hier lang und dann da lang. Und da. Super, ich brauche... Und dann ran an den Wolf. Noch mehr Schuss. Wolfgang, warte auf mich. Echt jetzt, Papa? Wolfgang. Vielleicht heißt er ja auch anders. Bist du wieder zurückgebeamert in, äh, nach, äh, wie heißt das Nest? Banapur? Ja. Nein. Also ich war da, wo ich eben stand, mitten auf dem Feld. Achso. Ich bin gerade nach Banapur gedüselt. Ja. Und wollte mal gucken, was ich noch so schönes einkaufen kann. Dann mach das. Ich schieße mir ein paar Fälle. Werde ich wahrscheinlich auch... Ähm... Also ich kann Waren verkaufen. Da werde ich aber nicht die Fälle verkaufen. Ja. Sondern die Anti-Baby-Pille und die Unterhemden. Ja. Und Schabrackentapir brauche ich ja. Das Nähzeug, die Teebeutel, die Ohrzange, das Kordom. Mensch! Bleib doch stehen. Da kann ich doch nichts für. Du bist platt. Okay. Stopp. Das hat geklappt. Kaufen und Anpassen. Da sind wir jetzt bei Waffen. Und dann hatte ich ja die SVD. Da gehen wir dann auf Anpassen. Und die tauschen wir mal gegen den Bogen ein. Und die Seitenwaffen. Da haben wir die. Die tauschen wir gegen den neuen Platz ein. Perfekt. Kann ich ein größeres Magazin kaufen. Erweitertes Magazin. 28.000 kann ich kaufen. Sehr gut. Farbe ist mir egal. Irgendwas hört sich hier nicht so cool an. Und hier läuft ein L rum. Also, ja, irgendwie ein Vieh, was durchaus wehtun könnte. Ach. Nein, die sind alle lieb. Ich muss noch mal eben nach dem Gewehr gucken, ob ich das noch irgendwie anpassen kann. Läufe. Endlich. Ich habe es endlich erschießen können. Das ist gut. So ohne Schalldämpfung und mit nicht so einer großen Durchschlagskraft ist das halt echt so eine Sache. Das glaube ich. Wo bist du denn zum Jagen hingegangen? Gott. Wenn du die Map öffnest. Ja. Dann siehst du da Bilder von den einzelnen Tieren. Und dann bin ich. Da ist ein Hirsch. Ja, da bin ich hin und ich bin aber ziemlich weit ab vom Schuss gerade. Ah ja. Und da kann ich nicht hinbeamern, sondern muss per Schnellreisepunkt hinlaufen. Ja. Namaste. Wollte ich auch gerade sagen. Hier, Beutetasche. Jetzt brauche ich ein Baralfell. Gibt's den Tapir. Schabarakentapir. Ach du Kacke, da klaut gerade ein Adler ein. Wozu braucht man denn die Hirsch heute? Ähm, musst du mal. Also es sind hier keine Hirsche. Es sieht für uns nur aus wie ein Hirsch. Ja, erwischt. Und das war ein Vögelchen. Ja.